... wieder von diesem Diesel in ein Glas gefüllt und zündet jetzt mit dem Streichholz das an. Kann man das sehen? Also, dann legt ein Streichholz, ein brennendes, in diese Flüssigkeit rein. Und was passiert? Ja, nix. Nix. Warum nicht? Die Gase brennt noch nur. Weiß es jemand? Warum Diesel so nicht brennt? Es müsste wärmer sein, natürlich. Die Temperatur hier reicht nicht aus. So bei 55 Grad entwickelt Diesel erst genügend.